Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 20 Amplen an drei Phasen macht 60 Lichtlein, eine rechte Stadt hat 100 Kreuzungen macht 6000 Lichtlein, die Schweiz hat etwa 20 grössere Städte macht 120'000 Lichtlein, eine Lichtampel ist etwas Fröhliches, sie wechselt alle Minute ihre Phasen, rechnen, 120'000 Lichtlein, in der ganzen Schweiz, so wechselt alle Minute ihre Phasen, wenn man das ausrechnet, in der ganzen Schweiz, also 120'000 Lichtlein, die alle Minute ihre Phasen wechselt, dann macht das pro Jahr 63 Milliarden und 172 Millionen Mal auf und ab also 63 Milliarden und 172 Millionen Mal wird einem gesagt, ob man nichts darf oder nicht, auf mit nichts darf oder nicht, auf mit nichts darf oder nicht. auf mit nichts darf oder nicht. Über die Straße, über die Säckle Untertitelung des ZDF, 2020